So, und damit hallo und herzlich willkommen zu dem 21. Türchen meines Adventskalenders. Und heute spielen wir... Craft the World. Viel Spaß! Spielen! Spiel auswählen, ja. Wir machen die Kampagne jetzt hier zusammen. Also angezogen der Kampagne. Level 1 erlernt der neuen Hoffnung. Größte Klein, Weltart, Wald, Welt, Battle Events, mittelmäßig, Topografie, Hügel, Schwierigkeit, einfach. Ja, finde ich gut. Spielen. Glückwunsch, geschafft. Wir haben ein antikes Portal zu dieser neuen Welt geöffnet. Hey. Leider haben wir jetzt nur genug... Nur genug Kraft, um einen Zweck zu entsenden. Oh. Fälle einen Baum her. Geil, aufgerfüllt. Hm. Zieh dich um und beginne deinen Ausbau zu bauen. Keiner weiß, wie quälig es an diesem Ort ist. Komm, alle drüber springen. Ich hab's schon gespielt. Ist zwar mit mir schon sehr lange her. Vorsichtsschild. Guck mal, wir können den nämlich auch ausrüsten gleich. Wieso kann ich ihm nicht die Waffen geben, nicht? Ich hab doch... Ach, ich muss die bauen erst nochmal, ne? Stimmt, ich brauche... Ach ja, genau, ich muss ste... Ach ja, 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 okay. Okay, ausrüsten hier. Werdeschön, hast du ein Ding schonmal? Wir brauchen Steine. Genau, sammeln wir erst mal die Steine drüben. Hm. Ich mein, das war so... Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Weil ich glaube, das war so, dass bei Nacht... ...kommen immer... ...monster von uns zu, die uns töten wollen. Logisch, was auch sonst? Na, wir müssen hier Nahrung, Holz, was auch immer alles sammeln. Also, da muss ich die Steine natürlich auch erstmal wegbringen. Äh, wir fällen aber erstmal den Baum weg. Vielleicht können wir uns hier so eine Base drum bauen. Weil das ist das Hauptgebäude. Unser wichtigstes eigentlich. Ähm. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, dass das heile bleibt. Stein 1. Brauche ich nicht zwei Steine? Äh, da. Geil, Levelausstieg, wir kriegen einen zweiten Zwerg. Das können wir mit zwei Zwerge beschäftigen. Und wir können hier gleich nochmal... ...gleich noch eine Keule bauen. Und wir können jetzt hier eine Leiter, eine Luke und eine Brücke bauen. Die Tour bauen wir später. Müssen wir erstmal unser Haus hier aufbauen. Ähm. Ich will mir nachher eh alles glätten. Das machen wir später. Einmal Harz. Bauen wir nochmal noch eine Keule. Für unseren zweiten... Bitteschön. Der auch eine Keule. So, der kann jetzt mal stehen, dass der kann noch ein bisschen wachsen. Aber der Baum kann schon mal weg. Hm, der Baum kann weg. Ja. Man kann, glaub ich, ja irgendwo auch die Geschichte... Genau da. Ja, okay. So, dann machen wir den Hintergrund auch weg. Jetzt haben wir Blätter gesammelt. Nein. Der Baum kommt auch weg. Hm, die, 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 die. Ähm. So, hier haben wir ein bisschen Essen sammelt vor allem. Und Erde. Die machen wir mal kurz weg, diese Zauber. Komm her. Du sie, um die Zwerge in die Nähe sofort an den Angehenden Ort zu führen. Portalzauber. Wenn wir ein Portal zum Lager halten, könnte es für einen Hin- und Rücker sitzen. Okay, okay. Können wir hier schon mal wieder ein bisschen aufbauen. Aber da oben lassen wir erstmal nur Hintergrund, weil da machen wir ja nachher einen Boden schön hin. Also auf jeden Fall machen wir dann Boden hin. Vielleicht könnten wir jetzt sagen, wir machen hier nach unserem Miene runter. Der kann auch weg, auf jeden Fall. Genau, so kurz mal die angreifen. Ja, okay, so war das. Ich würde es hier so mittig machen. Jetzt machen wir hier nachher auch zu. Dann können wir noch mit hier so... Oh, ich guck, die Arme schnick, ich weiß. Tut mir leid. So, das kann da auch schon mal hin. Und hier können wir nachher dann gucken, dass wir hier dann auch uns ein paar Leitern bauen. Machen wir mal direkt komplett. Oh, Technologie bauen. Ach so stimmt, wir müssen die Schlitzzellanzahl bauen von den Sachen. Und dann kriegt man die nächsten... Ach ja, so genau. Ja, 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 stimmt, so war das. Jetzt haben wir hier ein Seil, Rucksack, Schild und eine Holzrüstung. Aber wir haben doch hier auch irgendwo Setzlinge, oder haben wir keine Setzlinge? Zapfen sind Äpfel, die Zwerge beim Baumfern finden können. So vergessen wir... Ach so, okay, also essen. Also keine Setzlinge zum Einpflanzen. Das brauche ich weg. Der kann auch weg. Da machen wir auch einen hin. Schon mal der Leiter kommt da hin. Äpfel, nice. Das passiert natürlich, wenn die keine Trappe haben. Ähm... Grabe, ein Tunnel, nice. So. Und noch drei kommen wir tiefer, okay, machen wir so. Ähm... Da kommen wir den einen noch her. Was ist das, was wir da rüber... Springen. Schleim. Levelaufschicht, noch ein Zwerg, nice. Völkerung zu wachsen, nice. Ich würde dann sagen, wir machen dann hier einmal... Zwei hoch oder drei hoch? Da kommt die... Da kommt noch der Boden hin. We wish you a merry Christmas. Ähm... Unger! We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Unzer! Ich bin nicht gut, dass ich denke... Erste Nachlectze und du so die Kasse gehst. Da komme ich nicht wirklich hin aufgaben. Okay. Cool. Ähm. Ähm. Unger! Bude sputen. Seid ich halt um einen Ausgangswerk zu verbessern. Okay. Ähm. Machen wir trotzdem jetzt hier einmal, oder? Wir machen hier noch einen Tief auf jeden Fall. So, dann machen wir hier einen Weg rein. So. Können wir aufwägen machen eigentlich, ja. Da können wir das schon mal hinsetzen, die beiden. Den durchfängt einfach mal zu schaden. Ich will aufwägen, ich brauche noch zwei Knüppel. Eisenerzkohle, Knochen. Schleimfackel, Fackel. Moment. Hm. Wir finden immer noch die... Okay, hab ich eine über? Ist egal. Ähm. Mir fehlen immer noch... Steine. Eine Holzstücke bauen wir. Und dann bauen wir auf jeden Fall, ähm. Ein paar Fackeln. 20 Stücke, so. Hm. 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 Plashel von Wie machen Sie das? Warum kann das da nicht hingebaut werden? Ähm Warum Hey Muss ich jetzt hier doch Zumachen? Das kann gut sein Dass die dann da erst... Ja okay Ja lol Das Stück hier unten muss auch Oh Dann mach ich das komplett runter Ist egal jetzt Buch des Bogenschützen Ja schon wieder nice Münze, was war hier? Achso Nadeln Ähm Wo war nochmal der Tech Tree da? Ne Die Aufgaben Wir brauchen langsam eigentlich mal ein paar Wände Holz bauen wir denn da Das heißt wir müssten erstmal hier Und da müssen wir so Topfnägel oder sowas machen Das heißt wir müssen noch ein paar Fackeln machen So Jetzt können wir Nägel, Schloss und Topf machen Wir brauchen Eisenerz, Leute Wir brauchen Eisenerz, Leute Wenn wir es miteren Ja Auf jeden Fall Noch kurz succeed Wir brauchen ein paarRedaktionen Er filter dir Ihre Ich würde das aber hier nochmal so machen. Und hier so. Und da so. Erstmal zumachen hier. So ein fetter Kokon, da kommen irgendwie auch so richtig böse Viecher raus. Das ist sehr doof. Angriff, 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 Angriff! Na gut, den kriegen wir wohl nicht mehr. Würde ich mal behaupten, wenn der jetzt wieder hochkommt, wenn der jetzt wieder hochkommt. Komm, du da! Ja, nice. Der wollte uns echt... Der wollte uns Schlösser klauen! Oder Einschloss. Das Einschloss, das wir hatten. Mal gucken, was da so ist. Und... Mal gucken, was da so ist. Können wir eigentlich mittlerweile... Müssen wir Steine sammeln. Hm, es könnte so einfach sein, ne? Okay, Geschäfte, kann man Sachen kaufen. Für Gold haben wir überhaupt... Drei! Ja, ey, geil! Gibt es auch Weizen? Also ein bisschen abebenen hier. Alles ist ein bisschen flacher, ist dann sowas dann schon besser. Und gucken, dass wir uns da dann eine Untergruppe, die wir reinbauen, aber hey. Das kriegen wir noch hin. aufgefüllt sammle kohle in den eis also wir haben für eisen die was machen da stimmt dabei hat ein bisschen ressourcen sammeln alles schön flach machen ein aufstieg nice da ist es nicht wirklich ehrlich bin aber okay warte mal kurz sie hält eine kurze zeit im beglitten bereich nicht nur die meine Also nehme ich angreifen hier, die Attacke, die Attacke, ja sowas ein bisschen wegzuklaufen ist jetzt ja nicht das weiteste unbedingt, aber jetzt mache ich ein neues Portal, wir haben ja genug Mana Nehmt das mal kurz hier mit, was da alles so noch ist hier Leder haben wir bekommen, nice Hühnchen Ja, gut, sammelt die Sache bitte ein hier noch, ne Das wäre sehr gut, wenn die die einsammelt Buch des Müllers Können die Sache bitte hier ein Warum auch, ne, brauchen wir ja nicht Hey Können alle ne Keule noch hier, komm, go Oh, ne Feder und Ei haben wir bekommen, schön Gibt es unten keine Eisen? Ja, nur Oh, und dann wird wie die Erde hin, fertig Na gut, aber, was da auffällt, die Zeit ist hier rum Das ist Craft the World, das ist jetzt die erste Mission die es dabei gibt Bis zum Beispiel sehr viel Spaß Oder, das sind dann diese Viecher Das steht einfach hier das Eisen hier Wenn man den Zunakula dann stufen die jetzt aus Ähm, Sand, okay Ja, man kann jetzt, ich muss hier sicher die Basis aufbauen, so in Prinzip, wenn man es ganz plump sagen möchte Na gut, aber wie gesagt, das ist Craft the World Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Folge wieder mit dabei Und, ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Toodaloo